In der aserbaidschanischen Stadt Ganya wird in einem zerstörten Wohnblock weiter nach Überlebenden gesucht. Offizielle Angaben sprechen von einem armenischen Raketenangriff mit neun Todesopfern. Aserbaidschan beschuldigt Armenien, mehrere große Städte angegriffen zu haben, wenige Stunden nach Inkrafttreten einer von Moskau vermittelten Waffenruhe. Die Waffenruhe zwischen den verfeindeten Nachbarn ist seit Samstagmittag offiziell in Kraft und offenbar sehr brüchig. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Waffenruhe durch Bombenangriffe zu verletzen. Ein Berater des aserbaidschanischen Präsidenten. Es ist ein Völkermord der armenischen politischen Führung gegen das aserbaidschanische Volk. Es gab einen humanitären Waffenstillstand, aber am nächsten Tag griffen armenische Streitkräfte mit Raketen einen dicht besiedelten Teil der Stadt Ganya in Aserbaidschan an. Das ist ein Kriegsverbrechen, ein Militärverbrechen und zeigt auch noch einmal die Scheinheiligkeit der armenischen Friedensgespräche. Die aserbaidschanische Generalstaatsanwaltschaft beschuldigte die armenischen Streitkräfte außerdem eines Bombenangriffs auf das Wasserkraftwerk Mingachivir in Aserbaidschan. Demnach wurden alle Raketen von Aserbaidschans Luftverteidigungskräften abgefangen. Die Militärführung von Bergkarabach hat die Angriffe abgestritten. Die Armee des Territoriums beachte den Waffenstillstand. Russland und die EU haben beide Seiten im Konflikt, um die abtrünnige Region Bergkarabach, aufgefordert, die Waffenruhe einzuhalten. dass wir mehr als Familien mitteren Menschen müssen wir den Waffenstillstand unter der Zeit. Man kann mich nicht mehr auswirkend machen. Vielen Dank.